Niedrige Deckenhörer Ich hasse Cops Die Cops sind so mies Jetzt? Oder? Ah ok, da ist auch noch wieder Wow, super Oh, kaum sehen die ein Stück von mir Ja, und gleich tot Oh nein Ja, na, probieren wir das Ganze nochmal So Hier hoch Ok, ok, ok So Und da hoch So 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 Ich könnte wallrunnen, aber ich bin da nicht so sicher. Jetzt bin ich verpackt. Also klar. So, okay. Okay. Cool. Auskunft zur Streichendette. Okay. Au! Oh mein Gott, ich bin so schlecht! Hab ich das schon mal gesagt? Oh, geil. Das ist so geil. Na, hab ich euch schon gesagt, dass ich mich aufgeregt hab über Steam. Oh, ich hasse Steam. Ich hasse Steam. Also, nicht... Besser gesagt, ich hasse Steam, dass Steam mich nicht meine Spiele kaufen lassen, wie ich die haben will. Okay. Jetzt wird's wieder nicht gehen. Okay, warum auch immer. Witz doch. Ich will einfach nur diese blöden Spiele kaufen und Steam. So, okay. Ja. Ja, ja. Jetzt geht's da. Lauf am Gleis 4 runter zur nächsten Zugangstreppe. In deiner Nähe wird es eine Gasse geben. Da solltest du wieder hoch auf die Dächer kommen. Okay. Wo kommen die? Oh! Wooll! Woaus? 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 So, okay. Ist jetzt so richtig wahr? Ich glaube, er war ich nicht dabei. Ich bin einfach manchmal erst gegen die, äh, geboxt. Okay. What the fuck? Kommen sie her. E, e. Komm, sie. Geh. Geh. What the fuck, ey. Okay. Durchatmen, durchatmen. Alles gut, alles gut. Ich habe alles geschafft, ich bin selbst. Okay. Hin. Offensichtlichster Weg, offensichtlichster Weg, offensichtlichster Weg. Okay. War schon gar nicht so schlecht. Okay. Ja, warum abrollen, wenn wir auch hier noch rutschen können? Okay, okay, okay. Okay, shit. Okay, hoch, hoch, hoch. Oh, shit. Okay, wo geht's jetzt weiter? Okay, aus dem Lift raus. Oh, Mann. Ich meine, nervt's aber auch. Okay. Abrollen funktioniert doch ab und zu. Ja, nicht sogar Land wie vorhin, aber so eh nicht. Okay. Geht nur da hin, gell. Shit. Warum? Hm. Wenn ich jetzt sage, ich möchte da hoch, warum machst du das nicht? Ach komm, muss ich gar nicht. Oder? Komm, sag nein. Nein. Da drüben muss ich hin. Ich finde, ich gehe nur Cops in chill. Oh, nein. Oh, nein. Nein. Okay, aber wenigstens weiß ich diesmal, wo ich lang muss. Ich habe noch ein kleines Speedrun hier. Okay. Noch ein bisschen zu spät. Jetzt müssen tue ich gar nichts. Oh Gott, nur ihren Henni, ey. Ich krieg doch die Krise mit denen noch. Hier wäre es ein Dings gewesen. Wie geht es mit dem Fahrrad klauen? Hast du auch angehört? Oh! Wow! Okay. Puh. Das war falsch. Okay, hier lang. Falsch. Ah, fuck. Ich glaube, ich entwarfne die und werde sie umbringen. Wir wollen ja unserer Tötungsliste noch ein paar empfangen zu ziehen. So. Wow. Puh. Okay, 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 okay. Ja, auch nicht. Je nachdem. Fuck. Oder auch nicht. Ich weiß jetzt gar nicht, hört man mich eigentlich besser? Also, als sonst, weil irgendwie... Ich hab hier immer wieder so ein bisschen rumgewerkelt, ja. Und ich lass mich töten. Ja, Theresa hast du gut gemacht. Oh, ey. Okay. Nein! Ach, hörst du doch, du blöde Kuh. Hüpf. Weißt du, dann stöhnt die schon den ganzen Tag so rum. Und dann schafft sie es noch nicht mal darüber zu hüpfen. Will die mich eigentlich komplett verarschen. Oh, ey. Puh. Oh, da hatte ich schon mal ne Wache. Aber stehen kann die echt gut. Muss schon sagen. Wow. Das hat jeder Porn, nur dieses Spiel. Ach, kommt, Leute. Ist meine Maus so kacke, oder... Okay, jetzt kommt das Flugende wieder, aber nur, weil ich schon so gut so ein bisschen angepüßt bin, jedenfalls. Sag mal, willst du mich eigentlich komplett verarschen? Okay, mich gibt's auch wütend, nicht nur lieb und nett. Ich geb's ganz ernsthaft zu. Wenn ich Asi sein will, werde ich auch Asi. Jep. Jetzt bist du der Nächste dran. Ach, shit. Warum hab ich jetzt die Waffe weggeworfen? Ach, Leute. Ich hab die gar nicht weggeworfen. Was hab ich da nicht gerade gemacht? Warum hat die doofe Kuh nicht geschossen, ey? Okay, 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 okay. Hör dich mal ein bisschen, bitte. Ich hab die doch getötet. Ich hab die gar nicht weggeworfen. Ich hab die gar nicht weggeworfen, aber ich hab jetzt auch mit dem Hotelruter schruggeräten können. Warte. Warte. Ja, damit, ja. So. Okay. 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 Weg damit. Ich muss ja nicht nur mehr Leute umbringen. Wohin? Wohin? Ach genau, andere Richtung? Ist das richtig? Ja. Ah, jetzt weiß ich warum ich die umbringen muss, weil ich nämlich die zu rühren werde. Aha, okay. Es ist ja eigentlich so doof gewesen. Ah, okay, und jetzt eine Runde, ähm, ob du fragst. Yay! Eine Seilverkehr ist lustig, eine Seilverkehr ist schön. Oh nein. Puh. So, muss ich hoch oder runter? Nee, hoch, da hoch, da hoch. Okay. Okay. Oh, fuck. Fuck. Mach nur Scheiße. Ja, seit kurzem guck ich nur noch ein paar Blocks von hier. Warum? Halt dich fest. Und da hatte ich doch diese Röhren eh schon. Oh mein Gott. So. Oh, okay. Das dachte ich schon. Geh ein Stück rüber. Zieh dich hoch. Oh, okay. War dein Glück. Okay, okay, okay. Und ich müsste diese Story nur noch mal spielen, weil mir diese kompletten ganzen Koffer fehlen. Egal. Okay, da rüber. Gibt's nix mehr? Ne. Okay. Ich bin zufrieden da rüber, weil es Spaß macht. Was gar nicht gefährlich ist oder so. Ah. Nee, gar nicht. Wenn sie sich mal abräumen würde. Der ist halb so gefährlich. Sie stöhnt einfach nur rum. Tja.